Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war bei Meckers. Ich habe gerade ein Make-up-Video gedreht. Meinen Lippenstift habe ich schon runtergenommen, damit ich in Ruhe essen kann. Und ja, ein Tutorial zu diesem Look kommt noch online. Das kommt nach diesem Video online. Und ich habe mir gedacht, ich mache heute so ein bisschen Muckbang, Get Litty, irgendwie sowas. Also ich esse ein bisschen und höre dabei einfach Musik und ihr guckt mir dabei zu. Und ja, was gibt es anderes noch zu sagen? Meine Get Litties kommen ja immer richtig gut bei euch an. Mir gehen nur leider langsam die Lieder aus. Also ich habe echt nicht mehr so viele Lieder auf meinem Handy. Vor allem keine aktuellen, neuen, coolen Lieder. Ich weiß auch nicht. Falls ihr coole Lieder kennt, die aktuell sind oder auch nicht aktuell, Hauptsache es sind coole Lieder, schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Ich brauche dringend neue Lieder. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los mit dem ersten Lied. Wieso mache ich immer so? Hä? Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das Video nennen werde, aber mal gucken mal. Leute, ich habe den geilsten Remix auf der ganzen Welt gefunden. Wer liebt Big Mac auch so sehr wie ich? Oh mein Gott. Das ist so geil. Moment, lasst es uns gemeinsam genießen. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, aber eine Sekunde. Kiki, do you love me? Are you riding? Are you riding? Say you'll never ever leave from beside me. Cause I want you. And I need you. And I'm down for your way. But it no... Next Song, ich bin bereit. I got the right one. Mmm. I don't even know like what I did that. I don't even know like what I hate that. Or I know that I just can't wait that. Talk to her now, so she won't fight back. Turn around, hit it for the back, back, back. Fucking do it. I don't really want no friends. Ich finde es immer so schade, dass von vielen, vielen Künstlern die Lieder erst bekannt oder berühmt werden, je nachdem, wenn diejenigen verstorben sind. Und ich weiß nicht, woran das liegt, ich weiß nicht warum, aber ich kannte das Lied zum Beispiel, bevor er verstorben ist, gar nicht. Und ich glaube, fast niemand kannte es. Also ich kannte es wirklich überhaupt nicht. Ich kannte noch nicht mal den Sänger. Ich mag das Lied ganz gerne, deswegen werde ich das auch mit in dieses Video packen. Ja, packen. Meine Pommes sind leer, mein Getränk ist leer. Ich werde mir jetzt ein bisschen Wasser holen, weil ich habe noch richtig Durst. Wer isst deine Pommes auch immer vor dem Burger? Ich bin so ein Pommes sucht die. Von Mac ist aber nur. Die von Burger King mag ich irgendwie gar nicht. Aber dafür hat Burger King die geilsten und besten Chili Cheese Nuggets, die es auf dieser Welt überhaupt gibt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr mehr feiert. Macs oder Burger King. Und warum? Ich werde mir jetzt was zu trinken holen. Also wir werden mir einen ganz kurzen Cut machen. Für euch wird es aber eine kurze, kleine Sekunde dauern. Ich habe mein Big Mac zu heftig gegessen und konnte danach nicht mehr, aber ich habe noch ein Eis. Wir machen jetzt weiter mit den Lieder. 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 Oh, es ist 3 in der Morgen. Wenn du, wunsch, 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 wunsch. Next. Wir machen jetzt weiter mit den Lieder. Wir machen jetzt weiter mit den Lieder. Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin bisschen erkältet, aber sonst ist eigentlich alles gut. Und bei dir? Ich hab dich angehofft, warum du bist nicht angehört. Ich hab dich angehofft, warum du bist nicht angehört. An meine albanischen Zuschauerinnen oder Zuschauer, bitte schreibt mir coole albanische Lieder unten rein. Ich liebe albanische Lieder. Ich liebe albanische Lieder. Schreibt sie mir unten rein. Bitte, bitte. Ganz dringend. Und bei dir? Ich liebe albanische Lieder. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Es ist zu sehr precious, um zu verabschieden von ihr. Ich habe eine Recolte von Chapa in der 15, und heute geht es um die Transformator. Ah, 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 ah! Wenn sie mich hörte, die Baby, die Sache auf mich hat, hat mich auf die Nota. Ich weiß, wie ein Mata die sich macht, die Welt ist so verrückt. Wenn sie mich hörte, die Baby, die Sache auf mich hat, hat mich auf die Nota. Oh, 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 oh. So, So Leute, das war es jetzt mit diesem Video. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und natürlich auch über ein kostenloses Abo von euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.